Moin Moin und herzlich Willkommen, hier ist das Ding. Heute mit dem zweiten Teil YouTube A bis Z. Heute richten wir den Kanal ein. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. In der Folge 1 haben wir das Google-Konto erstellt und den YouTube-Kanal. Jetzt geht es natürlich darum, hier etwas frischen Wind reinzubringen in Sachen Kanaleinstellungen. Ihr seht schon, dass ich hier ein paar positive Bewertungen abgegeben habe und demzufolge habe ich auch schon Kanäle damit abonniert. Und ihr seht, dass ich hier schon einen Facebook-Link eingerichtet habe. Dazu kommen wir aber gleich. Zunächst geht es mal darum, einen schönen Hintergrund zu schaffen, weil dieses Blau, habe ich mal so temporär eingestellt, ist natürlich ein hübsches Blau, aber doch langweilig. Dazu klicken wir jetzt mal auf Kanaleinstellungen. Dann springt hier oben ein Fenster auf mit drei Reitern. Dann einmal Darstellung, dann Informationen und Einstellungen und als letztes Tabs. Wir wollen jetzt erstmal einen Hintergrund einrichten. Der darf maximal 1 MB groß sein. Ich habe da in Photoshop mir einen gestaltet. Den werden wir jetzt hier mal installieren. Dafür klicken wir auf Datei auswählen. Ich habe mir mal einen bokeligesmäßigen Hintergrund erstellt. Der sieht so aus und der ist 796 KB schwer und im Ausmaß 2500 Pixel mal 1500 Pixel. Einfach auf Auswählen klicken und Uploaden. Dann klicken wir mal auf Fertig. So sieht also dann der Hintergrund erstmal aus. Das ist doch schon ganz nice und ansehbar. Das lasse ich jetzt auch erstmal so, bis mir was Besseres anfallen in Zukunft. Kommen wir zur rechten Seite. Da steht nämlich schon Everything Film & Photography. Da können wir auf Bearbeiten klicken. Da habt ihr in der ersten Box eine Beschreibung. Da könnt ihr eine Kanalbeschreibung eintragen. Und hier seht ihr schon meinen Facebook-Link zur Facebook-Seite von Stingography. Und ihr könnt natürlich hier weitere Links hinzufügen. Zum Beispiel füge ich jetzt hier meinen Twitter-Account ein. Wenn alles eingegeben ist, einfach auf Hinzufügen klicken. Und bumm, haben wir da den Twitter-Account. Da könnt ihr natürlich auch eure Blogs, Webseiten oder was ihr sonst so noch habt hinzufügen. Darunter befinden sich diverse Informationen wie Beigetreten am und aus welchem Land ihr kommt. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, hier ausblenden. Aber ansonsten gehen wir erstmal auf Übernehmen. Dann haben wir hier natürlich noch andere Kanäle. Da können wir jetzt auch mal einen hinzufügen. Und zwar können wir da einen Titel vergeben. Nachdem ihr eine schöne Überschrift gefunden habt, könnt ihr hier eine Kanal-URL eingeben. Das geht wie folgt. Ich nehme jetzt hier als Beispiel meinen Hauptkanal. Und dann klickt ihr auf Plus. Und schauwupp, ist der erste Kanal drin. Da könnt ihr natürlich noch weitere hinzufügen. Ich gehe mal auf Übernehmen. Dann sieht das wie folgt aus. So, das ist doch schon mal ganz nice und ansehbar. Kurz zur Erklärung. Hier haben wir positive Bewertungen, Feed und Kommentare. Unter Positive Bewertungen werden natürlich Videos angezeigt, die ihr mit einem grünen Daumen bewertet habt. Unter Feed wird angezeigt, je nachdem wie ihr das eingestellt habt. Ob ihr Kanäle abonniert habt, kommentiert habt oder ähnliches. Unter Kommentare findet ihr eure Kanalkommentare. Das heißt, wenn euch einer auf dem Kanal besucht und einen Kommentar hinterlässt. Kehren wir nochmal zurück in die Kanaleinstellungen. Und zwar haben wir hier Informationen und Einstellungen. Das Profil wird abgerufen aus dem Google-Profil. Auch hier könnt ihr nochmal die Beschreibung bearbeiten, wie ihr auch das schon hier unten machen konntet. Und ihr könnt Tags vergeben, damit man euren Kanal besser finden kann. Was ich euch an dieser Stelle aber zeigen möchte, ist die Kanal-URL. Mein Kanal wäre im Moment zu finden unter Groß-U-C-Klein-O-U-S-P-8. Hast du nicht gesehen? Das ist natürlich lästig. So findet euch kein Mensch. Daher werden wir jetzt eine Kanal-URL vergeben. Dazu klicken wir auf Bearbeiten. Dann öffnet sich ein Fenster. Und da habt ihr ein kleines Feld. Das besagt, benutzerdefinierte Kanal-URL erstellen. Ich wähle natürlich Stingography und schaue mal, ob ich den Kanal erstellen kann. Wie ihr an dieser grünen Leiste mit dem Haken vorne sehen könnt, hat das funktioniert. Mein Kanal heißt jetzt ganz offiziell Stingography. Und wo wir dann gerade schon mal in den Einstellungen sind, klicken wir hier mal auf Verbundene Konten. Unter Verbundene Konten könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, Facebook und Twitter mit eurem YouTube-Account verbinden. Das zeige ich euch aber im nächsten Video. Als nächstes hätten wir den Punkt Datenschutz. Da könnt ihr diverse Einstellungen machen, wie zum Beispiel eure positiven Bewertungen als privat markieren. Alle Abos als privat kennzeichnen. Damit werden sie nicht mehr im Feed, den ich euch vorher gezeigt habe, angezeigt. Unter Suche und Kontakte könnt ihr einstellen, wer euch kontaktieren darf. Und zwar entweder nur eure Kontakte. Wenn ihr das anhakt, dann können euch keine x-beliebigen Personen mehr Videos schicken oder Nachrichten. Und natürlich könnt ihr einstellen, ob andere euren Kanal aufgrund eurer E-Mail-Adresse finden können. Ein weiterer Punkt, den ihr ändern könnt, ist Statistik und Daten. Da könnt ihr den Haken entfernen. Und zwar werden dann eure Statistiken und Daten nicht mehr öffentlich angezeigt. Dazu geht man dann natürlich nochmal auf Speichern. Dann gibt es noch den Punkt E-Mails. YouTube verschickt haufenweise und gern E-Mails. Das würde ich euch empfehlen zu ändern, denn sonst spammt euch YouTube relativ voll. Ihr habt hier zunächst mal die Option, die Lieferadresse zu ändern. Dann könnt ihr die Abo-Benachrichtigungen ändern. Und zwar wie folgt. Im Moment standard eingestellt auf einmal die Woche. Ihr könnt es täglich abrufen oder auf nie setzen. Ich setze es auf nie. Ein wichtiger Punkt sind die E-Mail-Benachrichtigungen. Die sind nämlich standardmäßig alle angehakt. Ihr könnt es euch aussuchen, ob ihr E-Mails bekommen wollt, wenn euch jemand abonniert. Wenn einer den Kommentar auf dem Kanal hinterlässt. Wenn jemand einen Kommentar oder eine Antwort auf dem Kanal hinterlässt. Euch eine persönliche Nachricht geschickt wird oder jemand ein Video mit euch teilt. Und YouTube-Benachrichtigungen zu Live-Veranstaltungen. Wenn ihr all diese E-Mails nicht haben möchtet, inklusive dem ganzen YouTube-Newsletter misst. Dann empfehle ich euch einfach hier zu klicken. Ich möchte keine E-Mails erhalten und schwupp bekommt ihr keine einzige E-Mail mehr. Der letzte Punkt unter den Kontoeinstellungen ist die Wiedergabe. Und zwar als erstes Video-Wiedergabe-Qualität. Immer die beste Qualität entsprechender Verbindung wählen. Oder wenn man weiß, man hat eine lahme Leitung, kann man das schon mal standard auf... Meine Verbindung ist langsam setzen. Nie Videos in höherer Qualität abspielen. Ist natürlich ein bisschen sinnfrei. Dann habt ihr die Auswahl, die Anmerkungen, also die sogenannten Annotations, standardmäßig abzuschalten. Und ob ihr Untertitel standardmäßig sehen wollt oder eben nicht. Das war's dann erstmal wieder mit YouTube A bis Z. Das war Folge 2, Kanal einrichten. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um weitere Kanaleinstellungen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken, fürs Zu-Ende-Gucken, für jeden Daumen rauf, für jedes neue Abo. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und bis neulich. Keep on rocking. Euer Sting.